Machen Sie Ihr Haus zum Kraftwerk mit dem vernetzten Stromspeicher Caterva-Sonne und einer Photovoltaikanlage. Die Caterva-Sonne ist ein Energiespeicher, der sich wirklich rechnet. Auf der linken Seite bietet er ausreichend Batteriekapazität. In der rechten Schrankhälfte befinden sich die Steuerungs- und die Leistungselektronik nach höchsten deutschen Ingenieurstandards. Das Batteriemanagement ermöglicht das schonende Laden und Entladen der Zellen und sorgt für Sicherheit, auch bei hohen Energieströmen. Zusammen mit einer entsprechenden Photovoltaikanlage können Sie den Stromverbrauch Ihres Hauses komplett mit eigenem Solarstrom decken. Sie machen sich unabhängig von steigenden Energiepreisen und erhalten jährlich eine Gemeinschaftsprämie. Mit der Caterva-App haben Sie Ihre Eigenstromerzeugung jederzeit im Blick. Durch das Caterva-Sonnensystem erhalten Sie 20 Jahre Freistrom, 20 Jahre Gemeinschaftsprämie und 20 Jahre Wartung inklusive. Leisten auch Sie einen Beitrag zur Energiewende. Auf Wunsch auch in Edelstahl. Werden Sie Teil des Caterva-Sonnensystems. Weitere Informationen zur Caterva-Sonne finden Sie im Internet unter www.caterva.de